Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, sagt, es ist die Zeit gekommen, wo wir uns die Demokratie zurückholen. Und es gibt Riesenaufregung. Wie kann er sowas sagen? Leben wir denn nicht in einer Demokratie? Doch, tun wir. Aber trotzdem ist es Zeit, dass wir uns unsere Demokratie zurückholen. Warum? Das erkläre ich hier. Wie wir ausgelacht, wie wir verhöhnt, wie wir teilweise beleidigt werden von unserer Regierung, wie wir mit Heizgesetzen gegängelt werden, das hat eben nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Und wir haben die Belege und Beweise dafür. Schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Teilen Sie es mit allen Menschen, die Sie kennen, denn es müssen noch mehr Menschen Achtung Reichelt gucken. Und vor allem abonnieren Sie diesen Kanal. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Die wichtigste Nachricht des Tages zuerst. Ab heute gibt es News. N-I-U-S.de News ist das neue Nachrichtenportal für Deutschland von meinen großartigen Kollegen und mir. Wir geben Ihnen ein klares Versprechen, das wir Ihnen auch schon hier bei Achtung Reichelt gegeben haben. Wir werden auf news.de berichten, was in Deutschland wirklich passiert. Aus Ihrer Sicht, mit Ihren Augen und vor allem für Sie. Wir glauben, dass die Mehrheit in Deutschland eine neue Medienmarke braucht, die nicht links, nicht grün und nicht regierungstreu ist. Und das ist News. Wir sind die Stimme der Mehrheit. Gehen Sie jetzt auf news.de. Wir werden jeden Tag für Sie leidenschaftlich, skeptisch und unbeugsam berichten. News.de, jetzt live für Sie. Der wichtigste politische Satz der letzten Woche ist dieser hier. Wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und es ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Die schweigende große Mehrheit dieses Landes muss sich die Demokratie zurückholen. Hubert Aiwanger sagt Dinge, die jeder Mensch versteht, solange er Hubert Aiwangers Dialekt versteht, was nicht immer ganz leicht ist. Hubert Aiwanger ist Anführer der Freien Wähler, Landwirt, Impfskeptiker und ein wahrer Rebell in unserem politischen System. Er ist gefürchtet, weil er es wagt, auszusprechen, was die Mehrheit denkt. Er hält sich nicht an die Spracherlasse der Berliner Blase, er spricht Menschen aus der Seele. Es ist seltsam, das ausgerechnet über Hubert Aiwanger zu sagen, aber der Mann spricht das klarste Deutsch im ganzen Land. Die Kritik an Aiwanger für seinen Satz über die Demokratie, die sich die Mehrheit nun zurückholt, war gewaltig. Wie kann er sowas sagen? Er ist doch selber demokratisch gewählt. Sogar stellvertretender Ministerpräsident. Wir leben doch in einer Demokratie. Rechts, AfD, Populist, weg mit ihm. Hier ist der Niederschreier der Nation Markus Lanz, wie er Hubert Aiwanger darüber belehrt, was dieser noch sagen darf und was nicht. Nochmal, nochmal, Herr Aiwanger. Ich meine, wir erleben das ja gerade, was genau diese Verrohung der Sprache. Wir haben es auch gerade in Paris gesehen. Ich will jetzt nicht dem Moralischen machen und ich gestehe Ihnen völlig zu, dass es eine ganz andere Situation ist, wenn man irgendwo im Bierzelt steht oder wenn man auf so einem Platz steht. Sie haben die Rede, glaube ich, auch gar nicht aufgeschrieben, sondern Sie reden so frei von der Liebe. Ich rede frei von der Liebe. Genau. Aber das heißt ja übersetzt, dass das etwas ist, was in Ihrem Kopf ist. Sie denken das ja offenbar. Sie denken, dass wir uns die Demokratie zurückholen müssen. Ich erinnere mich an Sätze von, wer war es, Herr Gauland, holt, lass uns das Land zurückholen. Let's take back control. Das war der Schlachtruf der Leute, die sich für den Brexit so angesetzt haben. Das ist das Thema von Trump immer gewesen, ohne das jetzt vergleichen zu wollen. Aber ich will nur sagen, die Art und Weise, die Mechanismen sind die gleichen. Das ist also in Ihrem Kopf. Sie denken das also wirklich. So herablassend, wie Markus Lanz mit Hubert Aiwanger spricht, wie ein böser Irrenarzt, so blickt er auf die Millionen Menschen herunter, die Monat für Monat gezwungen werden, die Millionen, die er beim ZDF über die Jahre verdient hat, zu finanzieren. Man muss es so klar aussprechen. Wer sich in Deutschland weigert, für Markus Lanz zu bezahlen, der kann dafür ins Gefängnis gehen. Was muss das für ein sagenhafter Machtrausch sein, wenn Millionen Menschen im Land gezwungen werden, einem die Villa, das Auto, die Fernreisen zu finanzieren, während man wie Markus Lanz Scharfrichter über ihre Meinung spielt, mit eiskalter Stimme die Gedanken an ihren Köpfen aburteilt. Die überwältigende Mehrheit dieser Menschen, 68 Prozent der Deutschen, will für das System, das Markus Lanz, Anne Will, Louis Klamot, Maybrit Ilner, Tina Hasse, Georg Restle und ihre immer gleichen Ansichten durchfüttert, so nicht mehr bezahlen. Und trotzdem müssen wir es. Obwohl wir die Mehrheit sind, haben wir keine Chance, dieses System der politischen Propaganda loszuwerden. Da ist die Frage legitim, ob das noch demokratisch ist oder ob wir uns unsere Demokratie zurückholen müssen. Mit diesem einen Satz ist U-Pater Aiwanger also alles, AfD, Trump, Brexit, gleichermaßen. Das ist es, was die öffentlich-rechtlichen Gesinnungsmedien entfesseln, wenn man auch nur einen einzigen Satz sagt, der diesen Leuten nicht passt, der ihre Macht infrage stellt. Bei allen Mächtigen, egal ob in Medien oder Politik, können sie immer davon ausgehen, wenn sie anfangen zu brüllen, dann fühlen sie sich ertappt. Wenn sie anfangen zu kreischen, zu keifen und zu keilen, dann wollen sie uns nicht überzeugen, dann wollen sie, dass wir aufhören zu sprechen. Wenn sie schreien, haben sie keine Argumente. Wenn sie welche hätten, dann würden sie nicht schreien. Angst macht ihnen nicht der Satz von Hubert Aiwanger auf der Bühne. Angst macht ihnen der Jubel vor der Bühne. In einer Umfrage von Insa für News sagten erschütternde 43 Prozent der 10.000 Befragten, Deutschland ist nicht mehr demokratisch. 43 Prozent sagen, Deutschland ist nicht mehr demokratisch. Nur eine knappe Mehrheit von 48 Prozent widersprach dieser Aussage. Schauen sie einmal durch ihr Büro, durch den Bus, durch die Kneipe, zählen sie die Leute einmal durch. Vier von zehn Menschen glauben nicht mehr daran, in einer Demokratie zu leben. Wenn nahezu die Hälfte der Befragten glaubt, dass es in Deutschland nicht mehr demokratisch zugeht, dann ist nicht der Satz von Hubert Aiwanger das Problem, sondern eine Politik, eine Regierung, von der immer mehr Menschen glauben, dass sie gegen den Willen der Bevölkerung regiert. Eine Demokratie besteht eben nicht nur daraus, dass wir alle vier Jahre wählen dürfen, sondern vor allem daraus, dass die Menschen sich vier Jahre lang gehört und vertreten fühlen. 59 Prozent waren gegen den endgültigen Atomausstieg, weil es offenkundiger Wahnsinn ist, aus Klimaschutzgründen, aus einer sauberen Technologie auszusteigen und dann Kohle auf Schwerölfrachtschiffen aus Südafrika nach Deutschland zu fahren. Jeder Mensch versteht das, aber die Regierung tat, was die Mehrheit in einer Energiekrise nicht nur für falsch, sondern für selbst mörderisch hielt. Natürlich geschah das innerhalb einer Demokratie, aber niemand im Regierungsviertel kann doch ernsthaft glauben, dass solche Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit noch als demokratisches Verhalten empfunden wird. Sie erinnern sich daran, wie unser Bundeskanzler Olaf Scholz einen Bäcker auslachte, der den hohen Energiekosten zu leiden hat. Oder wie Scholz über Menschen lachte, die sich um ihre Rente sorgen. Hier noch einmal zur Erinnerung. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ich habe neulich bei einem großen Betrieb mit Auszubildenden gesprochen. Da fragte mich eine 20-Jährige, wie es mit der Rente ist. Nachdem ich mich davon erholt hatte, habe ich eine Antwort gegeben. Glaubt diese Regierung ernsthaft, dass Menschen es als demokratisch empfinden, von ihrer Regierung ausgelacht oder beschimpft zu werden? Natürlich nicht. Demokratie bedeutet vor allem, dass ein Volk über sich selbst herrscht, sich selbst regiert. Die Grundlage dafür, sich selbst zu regieren, ist, seine Meinung frei sagen zu können. Wer nicht mehr glaubt, seine Meinung frei sagen zu können, kann sich nicht selbst regieren, denn freier Wille kann sich nur in freien Worten ausdrücken. Wenn wir nicht mehr sagen können, was wir wollen, dann wird es unmöglich, über unser Schicksal selbst zu entscheiden. In einer Meinungsumfrage von Insa für das Nachrichtenportal News stimmten 46% der 10.000 Befragten folgende Aussage zu. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr gibt. 46% stimmten nicht zu. Bedeutet, rund die Hälfte der Deutschen glaubt nicht mehr an die Meinungsfreiheit in unserem Land. Warum nicht? Ganz einfach. Weil die Menschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen. 47% der Befragten stimmten dieser Aussage zu. Ich befürchte negative Konsequenzen, wenn ich meine Meinung zu bestimmten Themen frei äußere. Nur 44% stimmten hier nicht zu. Das bedeutet, die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat Angst zu sagen, was sie denkt. Was kein Wunder ist, wenn Markus Lanz allabendlich vorführt, welche brutalen Konsequenzen es haben kann, die falsche Meinung zu haben, die falschen Sätze zu sagen. Natürlich leben wir in einer Demokratie. Niemand bestreitet das ernsthaft. Aber das bedeutet nicht, dass Hubert Aiwanger nicht recht hat. Unsere Demokratie, unsere Demokratie müssen wir uns wieder zurückholen. Was ein Land lebenswert macht, was uns versichert, wahrlich frei zu sein, ist nämlich nicht allein die Demokratie, die Staatsform, sondern unsere Demokratie. Die Demokratie ist ein kluges, sehr kluges Konstrukt. Unsere Demokratie ist ein heiliges Versprechen. Ein Versprechen, dass wir auch nach dem Wahltag noch gehört werden. Dass man Macht nicht erringt, um dann über uns zu herrschen, sondern um uns zu vertreten. Dass man uns unser Leben nicht vorschreibt, sondern unser Leben besser macht. Hier ist noch einmal Hubert Aiwanger in einem kurzen Moment, in dem er sich gegen Markus Lanz tapfer das Wort erkämpft hatte. Was würden Sie sagen, Herr Aiwanger, was ist Ihre Definition von Demokratie? Was ist für Sie eine Demokratie? Demokratie ist, Politik im Sinne der Bevölkerung zu machen, von der Bevölkerung legitimiert. Macht des Volkes, das Volk hat die Macht. Das Volk übergibt die Macht mal in einer repräsentativen Demokratie für eine gewisse Zeit. Es gibt aber auch basisdemokratischere Ansätze wie in der Schweiz. Und ich sage ganz ehrlich, auch wir Freien Wähler haben einen sehr basisdemokratischen Ansatz, sind sehr stark in den Kommunen. Wir haben schon viele Volksbegehren gemacht. Wir wollen eine Direktwahl des Bundespräsidenten. Und ich sage, die Politik muss sich regelmäßig rückkoppeln zur Bevölkerung und nicht nach dem Motto, das ist ja die Debatte gewesen ums Heizungsgesetz, einmal an der Macht, dann kann ich vier Jahre tun, was ich will. Ich bin ja gewählt und regiere vielleicht sogar gegen die Mehrheit der Bevölkerung. 80 Prozent sagen Heizungsgesetz Unsinn. Ampel sagt, uns egal, wir haben die parlamentarische Mehrheit, wir ziehen das jetzt durch. Mit dem Ergebnis, dass die Bevölkerung sich nicht mehr abgeholt fühlt. Regieren gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Das ist es, was wir alle in den letzten Monaten beim Heizgesetz ertragen mussten. Inkompetente Bürokraten und grüne Apparatschiks, die uns ein Gesetz aufzwingen wollten, das kein Mensch will und kein Mensch braucht. Das ist es, was Millionenbürger längst nicht mehr als demokratisch empfinden. Natürlich nicht. Wie richtig sie mit diesem Gefühl liegen, bestätigte jetzt das Bundesverfassungsgericht in der wohl heftigsten und peinlichsten Klatsche, die sich je eine Bundesregierung in Karlsruhe abholen musste. Das Verfassungsgericht stoppte in einer dramatischen Eilentscheidung die Abstimmung über Robert Habecks Heizungsgesetz des Grauens, weil die Abgeordneten nicht genug Zeit hätten, das grüne Monstrum durchzuarbeiten und sich eine Meinung darüber zu bilden. Dadurch könnte, so das Gericht, Zitat, die parlamentarischen Rechte der Abgeordneten verletzt werden. Mit einem ideologischen Gesetzeswerk das Parlament überrumpeln, das wir uns gewählt haben, das hat mit Demokratie rein gar nichts mehr zu tun. Und das hat die Bundesregierung jetzt schriftlich. Ein guter Tag für uns, für uns alle. Natürlich leben wir in einer Demokratie, aber in einer Demokratie ist eben nicht weit entfernt von irgendeiner Demokratie. Wir wollen aber nicht in irgendeiner Demokratie leben, in der wir zwischen zwei Stimmabgaben von Grünen im totalitären Machtrausch und öffentlich-rechtlichen Meinungseinpeitschern vier Jahre lang eingeschüchtert und beschimpft werden, damit man ungestört gegen das Volk regieren kann. Wir wollen in unserer Demokratie leben, in der die Mehrheit gehört und nicht umerzogen wird. Wir wollen uns selbst regieren und nicht beherrscht werden. Das ist es, was immer mehr Menschen vollkommen zu Recht einfordern. Das ist es, was Hubert Aiwanger meint, wenn er sagt, wir holen uns unsere Demokratie zurück. Das war Achtung Reichelt für heute an einem besonderen Tag, denn genau vor einem Jahr sind wir zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Inzwischen schauen 1,7 Millionen Menschen jeden Monat unsere Show. Wir sind unendlich dankbar für ihr Vertrauen, für ihre Unterstützung, für ihre Kommentare, für ihre Begeisterung. Von Herzen danke. Wir haben gemeinsam schon viel verändert in diesem Land. Unsere Dokumentation über die Silvestergewalt hat die linke Regierung in Berlin gestürzt. Zum Glück. Und auch über die grüne Partei wird endlich deutlich kritischer berichtet, seit es uns gibt. Gemeinsam können Sie und wir das Land verändern. Sagen Sie es gerne weiter. Achtung Reichelt ist der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, auch dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.